Go Ninja, Go Ninja, Go! Go Ninja, Go Ninja, Go! 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 Konnichiwa ihr lieben Ninders und herzlich willkommen zur FIFA Prognose zum Spiel Dortmund gegen Hoffenheim, MG mit Hoffenheim, ich mit Dortmund. Guten Tag! Obermeyang ist am Start. Oh, was ist da los? Abwehrpro... direkt gleich mal wieder ungereimt bei den Dortmundern. Kämmt man ja. Wow! Er lockt sich durch, ey. Unfassbar. In den ersten zwei Minuten. Wagner, oder wer ist denn nicht schon bei den Bayern? Ah, nee, er ist zur Rückrunde. Lächerlich, ey. Sandro Wagner, zweite Minute. Erste fünf Minuten kann man ja quitten ohne Strafe. Ist doch bei FIFA so. Das ist ja nicht mehr so. Klar, Sandro Wagner setzt sich hier easy durch. Ah, schade. Ach, Schmelle hat aufgepasst. Ah! Dortmunder heute mit Aufbauproblemen. Ah, Subotic hat direkt das gesehen, dass der Pass kommt, kurz rausgerückt. Ah, Schmelle hat er nicht mehr so. Das war die kleinste Lücke, die ich finden konnte, oder? Ja. Ah, Schade. Ah, Schade. Nein! Wie kriegt's der da rein? Ei, ei, ei. Pulisic. Pulisic mit viel Platz. Pulisic! Du hast doch zwei Füße, Junge. Warum krieg ich Weigel gelb? Wofür? Ich weiß jetzt echt nicht, wofür. Jetzt siehst du es. Da war doch nix. Nur umgemäht. Da war doch nix. Ja, warum kriegst du denn bei? War ich n' Krieg. Den hämmert er in den Winkel, meine Freunde. Und rennt noch bis zur Eckfahne durch. Und haut die Ohrne um. Alter, der hat bei uns nicht vorschlagen. Was ein Strahl. Ei, ei, ei. Ja, einfache Tore kann der nicht, weißt du? Musst er so einmachen, ja. Bäm! In your face, ey. Und wär der ins Gesicht gekommen, das hätte echt wehgetan, glaube ich. Der wär da trotzdem ins Tor. Ja. Mit Gesicht. Mit Gesicht. Oh, da hast du einen Fehler gemacht. Oh, wappelig. Das nutzt du aber natürlich. Eiskite. Spiel gedreht. Ja, ja. Ja, sind ja noch ein paar Minütchen zu gehen. Ah. Dortmund macht immer seine Fehler hier. Kann ich noch ein paar Tore machen? Dortmund war auch mal 4-0 vorne. Ja. Aber nicht, nicht im FIFA. Also in echt mag das ja passieren, aber ich glaube, wenn ich 4-0 gegen dich führe, das gebe ich nicht mehr. Ah, ich wollte einfach durchgrennen. Aber Puli sitzt ja auch nicht gerade langsam. Nee. Da kam noch ein anderer. Das ist ja gut zur Hilfe. Nein, nein, das macht Weigel. Jetzt fehlt halt einer in der Mitte, ne? Das ist halt schade. Ja, Opa hätt sich klonen müssen. Oder einfach schneller rennen. Ich weiß noch schneller geht nicht. Ach komm. Es war ein Pass auf den Mann, kein Steilpass. Okay. Huh. Hätt ich auch nicht gedacht. Ich dachte, da kommt ein Abpraller oder so. Aber okay. Warum man da nicht mit einer Chance, so ungefähr. Ist halt Opa, ne? Rennen und schießen kann er. Beim Rest hapert's. Ja, was bleibt da noch beim Fußball? Zweikämpfe. Nee, lass mich durch. Er hat schon die richtige Farbe am Armband, finde ich. Was? Ist nur gelb. Kapitän Spin hat eigentlich die richtige Farbe. Muss ich einfach sagen. Nein. War ja nur von hinten in die Beine, ne? Ist ja nur gelb dann. Ja, natürlich. In FIFA schon. Aha! Er kommt noch Lucky mit der Grätsche hin. Hat er gerade das L-Wort benutzt? Ja. Da, komm. Schön, dass ich den Pass ausspiele, aber dann zu dir. Ja, Mulanko. Oh nein! Nein! Er macht ihn nicht. Bartra. Was macht Bartra überhaupt da vorne? Aber Bartra... Na, der nimmt ihn nicht. Er muss ihn nur auch reinlegen ins Tor. Ist halt echt so. Ah, schade. Nächster Versuch. Nein. Und das ist jetzt wahrscheinlich rot, ne? Das hat jetzt komisch ausgesinnt. Ja, wie der weggeflogen ist, ne? Ja, ja, wie er weggerutscht ist. Ich wusste genau, er geht da hin. Mann, ne. Aber wenn man ihn nicht direkt ausgewählt hat, ist man zu langsam. Ach sooo! 3-2 hat das Treff da. Ist er nicht schon bei Bayern? Nein. Noch nicht. Oh Gott, ey. Das gibt es nicht, ne? Ah ja. Wagner-Doppelpack. In der ersten Halbzeit. 3-2. Was ist hier los? Was ist heute generell los? Na, anderes Spiel war nicht so torreich, oder? Nee, aber genauso hitzig. Das ist einfach immer wieder gut, ne? Ah, lauf doch weiter! Wollt er nicht. Oh! Da war kein Druck hinter. Ja, war auch nicht. Oh, oh. Ich dachte, den kriegt er. Tschiri! Waaah! Das ist nicht mein Vorteil! Lol. Lol, sagt er. Mehr fällt ihm da auch nicht zu ein. Lol heißt in dem Fall luck or luck, Freunde. Ja, ist ja egal. Hahaha. Hier noch ein bisschen Sandro Wagner wegtränkt. Hahaha. Fennart Böki. Hahaha. Hahaha. Aber auch nur im zweiten Anlauf. Hahaha. Eieieiei, ich hab ne Schussgenauigkeit von 100%. Hahaha. Ja, ist ja egal. Hahaha. Ich hab drei Tore, du hast zwei. Das können wir ändern. Ja, ich kann auch vier machen. Hast du recht? Ja, ich kann auch vier machen. Hast du recht? Ja, ich kann mich echt das angucken. Alter, ich hab Glück. Das. Alter. Also die, die Dinger waren bei mir nicht richtig einkalibriert, die Linien. Definitiv nicht. Eieieiei. Aaaaaaah! Ich spiel in den Lauf, Kollege. Ja, war kein Lauf. Ahahahaha. Der da hin. Subottitsch, Superspiel bisher. Warum geht der Andochel da nicht hin? Weil er nicht will. Nee, Subottitsch, zweiter Fehlpass in Folge, seitdem ich ihn gelobt habe. Nice. Ja, Dortmunder darf man nicht loben. Ich lass uns mehrmaßen los. Äh, ab. Alter! Das gibt's doch nicht! Dann nehmen wir den, ne? Willst du mich verarschen? Ja. Ich muss der Keeper haben. Ah, wobei der Keeper steht schlecht, muss man sagen. Eieieiei. Aber du darfst mich da auch nicht so einfach laufen lassen, ne? Das muss man ja auch sagen. So einfach habe ich die ja auch nicht laufen lassen. Ich habe extra gewartet, bis ein paar hier vorgerückt sind. Ja, jetzt dachte ich, ich schieße einfach nur noch. Ja, so weit sind wir noch nicht. Meinst du? Fehlt noch eins oder was? Im Verarscher-Modus 3000 sind wir noch nicht. Der Verarscher-Modus 3000. Also, dass der sich da noch mal ein Stück mehr durchsetzt. Eieieiieiiei-Dann krieg ich. Was?! Kein Einwurf! Come on, ey! Der spielt nicht mit! Ja, die ist das Ananas! Wohin?! Wohin?! War das so'n Schicke? Das auch! Ah! Ich hab' nicht gedacht, dass die Flanke kommt! Ah, schade! Dass ich da schon weg war! Komm doch mit der Kackgrätsche schon wieder! Ach, komm! Ein bisschen aufs Tor! Na, mit so Sachen fangen wir erst gar nicht an, ja! What?! Das ist wohl super effektiv! Ich hab'n Obermäher vorgestoppt, den Ball! Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Wenn der schneller hochgekommen wäre. Was? Wo war da der Ball? Überall. Hups. Was soll jetzt? Absatz. Nein, die Momente, wo man den falschen Spieler ausgewählt hat. Schade, ne? Findest du schon wieder einen Trickstick? Na, hab ich gerade mal überlegt, wo der nochmal war und dann hab ich ihn gefunden auf einmal. Ja, wie kommt der Dach? Das war Trickstick. Ich hab irgendwas gedrückt, ich weiß nicht was, aber irgendwas. Oh, ey, langsam darf mal wieder einer. Hast du jetzt kein Verbot hier die Tore zu machen? Geh halt hin! Er guckt da zu! Wie bist du da jetzt hingekommen? Ich hab einfach ganz normal A gedrückt. Wie immer die ganze Zeit. Ja, Molenko! Genau, auf den Keeper. Die ganze Anstrengung umsonste. Das ist rot eigentlich. Eigentlich. Bartra, was machst du da vorne? Fußballspiel. Wo ist meine Abwehr? Bartra fehlt. Komm wieder aus diesem fucking Winsel. Ich dachte mir ohne Witz jetzt, das hat schon mal geklappt. Schieß einfach nochmal. Hat mein Keeper eigentlich den Ball berührt? Ich glaub nicht. Ohne dass er ins Tor ist. Achso, aus dem Netz geholt meinst du? Keine Ahnung. Ohne Witz. Der Keeper ist so schlecht. Ah! Wenn der auf einen anderen Fuß kommt, dann... Wäre das Ultimate Team, ich würde Instant verkaufen. Abseits. Das war kein Abseits. Ne. Aber auch kein... Der Keeper war im Ball. Heee! 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 Du kriegst ihn direkt wieder. Ja, wow! Ich grätsch nix. Abseits. Nein. Du mit deinem Abseits. Du hast ein krummes Auge oder so. Geh mal zum Arzt. Wenn ich da nicht reingegrätscht hätte. Wäre der reingegangen. Ja. Pulisic? Pulisic? Hehehe. Herr Kretsch. Sie ab! Sie ab! Oh, Handspiel. Ah, schade, Freunde. Schade. Wobei, eigentlich ist er gut für mich ausgegangen. Von daher, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schreibt euren Tipp in die Kommentare. Was denkt ihr, wie geht das Spiel aus? Ähm, ansonsten habe ich alles, oder? Ja. Habe ich alles. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao.